So meine Lieben, Stretching! Juhu! Wieder geschwitzt, schau, schau! Da bin ich ein bisschen noch, genau, wegen meinen Brüsten kommst du da nicht runter als T-Shirt. So, pass auf! Legen wir uns bitte auf den Bauch, geben wir die Hände unter die Stirn und wir wackeln ein bisschen so rechts-links, auslockern, auslockern, auslockern. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Stütz dich bitte ein bisschen weiter vorne mit den Händen ab, push dich weg vom Boden und setz dich hinten auf die Fersen drauf und dann komm nach vorne, in die Cobra. Setz dich nach hinten, komm nach vorne, in die Cobra. Nach hinten, nach vorne, in die Cobra. Warten wir das noch zwei, drei Mal. Und jetzt bleib vorne und jetzt hier ein bisschen auslockern. Locker, 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 locker. Vier, drei, zwei, eins. Super. Leg dich wieder hin. Streck deinen rechten Arm zur Seite. Ungefähr so auf Schulterhöhe zur Seite. Die Handfläche ist am Boden. Und du gehst mit dem linken Bein nach hinten, du drehst dich schön auf. Leg dich schön auf den rechten Arm drauf. Ja? Schön aufdrehen und wir versuchen hier Brustmuskel, Schultermuskel zu dehnen. Ja? Schön aufdrehen. Soweit du kannst. Soweit du kannst. Erst, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir wechseln. Linke Hand genauso zur Seitenstrecke und jetzt das rechte Bein nach hinten. Dreh dich auf. Ich nütze meine rechte Hand und ich pushe mich sogar ein bisschen weg vom Boden. Also ich drücke mich so weg ein bisschen, ja? Ein bisschen wegdrücken, ein bisschen wegdrücken. Genau. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Zurück auf den Bauch und die Hände unter die Stirn und wieder ein bisschen auslocken. Locker, 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 locker. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Noch einmal den rechten Arm. Aber jetzt bitte nicht auf Schulterhöhe, sondern ein bisschen weiter rauf. Ja? So zehn Zentimeter weiter rauf, dass du ungefähr so auf Augenhöhe bist. Handfläche wieder am Boden. Es ist nur ein anderer Winkel. Und wieder schön aufdrehen. Linkes Bein nach hinten. Das linke Bein nach hinten. Genau. Aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Die Fortgeschrittenen können natürlich versuchen, mit der linken Hand so weit du kannst, hinten runter zu kommen. Und vielleicht sogar hinten hier die Hand zu berühren. Ja? Deine rechte Hand sogar zu berühren. Da gibt's welche, die können das mit gestrengten Armen. Ja, genau. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir wechseln. Auch hier. Linke Hand zur Seite und ein paar Zentimeter höher. Also zehn, fünfzehn Zentimeter höher. Und aufdrehen wieder. Das rechte Bein geht nach hinten. Rechte Bein nach hinten. So weit du kannst. Schulter-Stretch, Brustmuskel-Stretch. Schau mal, brav für mich jetzt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Komm bitte zurück. Einmal noch. Hände unter die Stirn. Und locker, locker, locker. Auslocken, auslocken, auslocken. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Du ziehst dein rechtes Knie bitte nach vorne, so weit du kannst. Das rechte Knie nach vorne ziehen. Ja? Und du gehst mit deiner linken Hand hier einfädeln. Ja? Mit der linken Hand hier einfädeln. Und leg dich bitte jetzt auf die linke Schulter drauf. Die linke Schulter drauf. Schau, dass du wirklich drauf liegst auf der linken Schulter. Genau. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Und jetzt greifst du mit der rechten Hand das rechte Fußgelenk und du ziehst das Bein schön nach hinten. Zieh das Bein nach hinten. Ja, genau. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bleib so. Und jetzt bitte mit deinem linken Bein, mit dem unteren Bein drauflegen hier oben aufs Knie. Drauflegen oben aufs Knie. Und runterdrücken das obere Knie. Ja, genau. Mit dem linken Bein, mit dem unteren Bein drauflegen aufs Knie und runterdrücken das obere Knie. Gehen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Und zurück auf den Bauch. Super. Wieder auslockern das Kreuz, auslockern das Kreuz, auslockern das Kreuz. Vier, drei, zwei, eins. Jetzt ziehst du bitte dein linkes Bein heran. Zieh dein linkes Knie heran. Ja? Und deine rechte Hand hier einfädeln und drauflegen auf die Schulter. Richtig drauflegen auf die Schulter. Drauflegen auf die Schulter. Ja, genau. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Du greifst mit der linken Hand das linke Bein am Fußgelenk. Du ziehst das Knie nach hinten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Zurück auf den Bauch. Entspannen. Und runterdrücken das obere Knie. Runterdrücken das obere Knie. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Zurück auf den Bauch. Entspannen. So. Wir machen die Übung jetzt noch einmal. Aber jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Vier, drei, zwei, eins. Komm bitte noch einmal mit dem rechten Bein nach vorne. Mit dem rechten Bein nach vorne. Und jetzt geh bitte mit der rechten Hand unten durch und leg dich auf die rechte Schulter drauf. Also das rechte Knie ist vorne. Und jetzt mit der rechten Hand einfädeln. Also die rechte Hand geht jetzt hier rein. Die rechte Hand geht jetzt hier rein. Das rechte Knie ist vorne. Und jetzt drauflegen. Genau. Helmut, ganz runter die Schulter. Ganz runter bis zum Boden. Ganz runter die Schulter bis zum Boden. Genau. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt wechseln wir die Seite. Linkes Knie nach vorne. Linkes Knie nach vorne. Und die linke Hand hier einfädeln und drauflegen auf die linke Schulter. Deine linke Hand ist eingefädelt. Genau. Noch vier. Noch drei. Zwei, zwei, eins. Super. Sehr schön. Und entspannen. Die Hände neben dem Körper. Stirn runter. Entspannen. 10, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Stütze dich ab. Komm hoch in den Vierfüßlerstand. Wir machen einen lockeren Katzenbuckel. Schönes Hohlkreuz. Katzenbuckel. Vier, drei, zwei, eins. Komm bitte hoch. Herabschauender Hund. Konzentrier dich jetzt bitte auf die Dehnung im Brustkorb. Pump ein bisschen mit dem Brustkorb Richtung Zehenspitze. Pump mit dem Brustkorb Richtung Zehenspitze. 10, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Rechtes Bein hoch. Rechtes Knie nach vorne. Wir stützen uns ab. Und wir schieben mit dem Becken nach vorne. Ja? Ich drehe mich nur um. So. Du schiebst mit dem Becken nach vorne. Schön den Hüftbeuger öffnen. Den Hüftbeuger öffnen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bleib vorne so weit du kannst. Jetzt bitte hinten die Finger zusammen. Du kommst nach vorne. Schiebst noch weiter nach vorne und die Arme hoch. Das ist nicht meine Paradeübung. Da habe ich zu viel, zu starke Brustmuskeln. Aber wer kann? Die Arme bitte wirklich hoch bis zur Decke. Ja, ja. Wer kann? Schau, der Tino und der Christoph können das. Arme hoch. Der Helmut kann das auch bis zur Decke. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Arme nach vorne und wir drehen uns auf. Ja, bei mir ist rechts vorne. Links aufdrehen. Links aufdrehen. Schau nach hinten so weit du kannst. Dreh dich auf, dreh dich auf, dreh dich auf, dreh dich auf. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorne zusammen und jetzt mit der rechten Hand aufdrehen. Mit der rechten Hand aufdrehen. So weit du kannst. Auf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Wir kommen runter. Das hintere Knie heben und hier mit der Ferse abstützen. Und jetzt die linke Hand hoch. Linke Hand hoch. Ja, genau. Das linke Bein bleibt gestreckt. Becken schön tief. Becken tief. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Komm runter. Arme nach vorne. Entspann dich. Oh, herrlich. Und jetzt die rechten Hand hoch. Dreh dich auf, dreh dich auf, dreh dich auf. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Komm runter. Ui. Arme nach vorne. Entspann dich. Oh, herrlich. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Vier Füße statt. Wieder Katzenbuckel. Hohlkreuz. Ah. Katzenbuckel. Hohlkreuz. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Wieder herabsteuernder Hund. Und schau, dass du wieder mit dem Kopf, mit dem Brustkorb Richtung Zehenspitze pumpst. Schulteröffnung. Heute ganz viel Schulterdehnung. Vier. Drei. Zwei. Eins. Linkes Bein hoch. Linkes Bein hoch. Linkes Bein nach vorne. Und wir öffnen den Hüftbeugner hier. Drei. 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 Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib vorne. Und wieder Brustkorb öffnen. Lehn dich nach hinten. Lehn dich nach hinten. Lehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Stütz dich hier schön ab. Mit den Beinen natürlich. Arme nach vorne. Rechter Arm öffnen. Oh. Aufmachen. 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 Vier. Säule öffnen. Schultern öffnen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir wechseln. Linke Hand. Oh. Zwei. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Linke Hand kommt am Boden runter. Hinten das Knie hoch. Leg die Ferse ab. Leg die Ferse ab. Rechtes Bein ist gestreckt. Rechte Hand hoch. Komm runter. So tief du kannst. Becken tief. Becken tief. Dreh dich auf zur Mitte. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Popo runter. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und. Ferse hoch. Linke Hand hoch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Entspann dich. Juhu. Oh. Herrlich. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Zehn. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Noch einmal. Vier Füße verstanden, ihr Lieben. Ja. Ich drehe mich nur zu euch, dass ihr es besser sehen könnt. Achtung. Handflächen nach außen. Zum Knie drehen. Handflächen nach außen. Nach vorne drehen. Zueinander drehen. Und dann, soweit es geht, zum Knie drehen. Wieder. Wieder nach vorne. Wieder nach außen. Zum Knie. Seitlich. Vorne. Zueinander. Und zum Knie. Und jetzt bleib ein bisschen hier. Bleib ein bisschen hier. Schakel ein bisschen so rechts-links. Ein bisschen rechts-links Schakel. Zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder nach außen. Und über außen Richtung Knie. Ich zeige es jetzt von der Seite. Ja. Zehenspitzen zeigen Richtung Knie. Und wir schaukeln jetzt rechts-links. Das ist die angenehmere Übung. Rechts-links. Und dann machen wir so kleine Kreisbewegungen mit dem Körper. Dann spürst du die Unterarme noch mehr. Richtungswechsel. Sehr schön. Ein bisschen korrigieren noch, damit die Fingerspitzen Richtung Knie schauen. Und jetzt nach vorne und zurückschaukeln. Und hier ist das Zurückschaukeln das Wichtigeren. Also Angie, wir versuchen wirklich ganz weit nach hinten zu kommen. So wie der Tino. Der Tino macht das super. Weit nach hinten. Weit nach hinten. Genau. Schön weit nach hinten. Zehn. Neun. Acht. Dynamisch, dynamisch, dynamisch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und jetzt setz dich nach hinten. Setz dich nach hinten. Jetzt maximal ein statischer Stretch. Komm. Maximo. 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 Was du schaffst. Komm nach hinten. Komm nach hinten. Komm nach hinten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Auslockern kurz. Juhu. Hast du schon lange gemacht. Schon lange gemacht. So. Jetzt machen wir noch den Handrücken. Ja. Handrücken. Ich drehe mich wieder zu euch, dass ihr es besser sehen könnt. Ja. Leute. Finger zueinander drehen. Finger zueinander drehen. Den Handrücken drauflegen auf den Boden. Und wir schaukeln ganz locker rechts links. So ein bisschen belasten den Handrücken. Ein bisschen belasten. Versuch die Ellbogen so gestreckt wie möglich zu lassen. Ja. Ich drehe mich jetzt nur um, dass du es besser sehen kannst. Ja. Und jetzt hebst du hinten die Zehenspitzen hoch. So ein bisschen Gewicht nach vorne. Ja. Nach vorne und zurück schaukeln. Und dieses nach vorne ist jetzt die wichtigere Bewegung. Weil dann hast du ein bisschen Druck hier. Ein bisschen Druck. Genau. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und die Mutigen von euch stützen sich gut ab mit den Zehenspitzen. Ja. Und die heben beide Knie hoch. Herabschauender Hund in der Position. Beine Knie hoch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hui. Super. Hahaha. Sehr locker. 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 Sehr schön. So. Ja. Tun wir ein bisschen eine kurze Pause für den Oberkörper machen. Machen wir ein bisschen was für die Beinchen. Nur ein bisschen was. Ja. Damit sich keiner beschwert. Das waren jetzt nur Oberkörperübungen, oder? Genau. So. Beine bereit. Ein bisschen auslockern hier. Genau. Sehr schön. So. Aufpassen bitte. Das ist jetzt ein Zaubertrick. Das ist ein Zaubertrick. Ja. Dein rechtes Bein bitte nach innen beugen. Rechtes Bein nach innen beugen. Dein linkes Bein nach außen beugen. Ja. Die Hände sind hier Gebetsposition wie die Jogis. Ja. Wir kommen hoch mit dem Becken. Ja. Jetzt machen wir unten eine Scheibenwischerbewegung. Scheibenwischerbewegung. Setzen uns hier hin. Und wir strecken die Beine wieder durch. Ja. Jetzt machen wir es umgekehrt. Ja. Wir beginnen mit dem linken Bein. Das linke Bein nach innen beugen. Das rechte Bein nach außen beugen. Wir kommen mit dem Becken hoch. Hinten diese Scheibenwischerbewegung. Ja. Wieder hinsetzen. Und strecken, strecken. Ja. Genau. Gut. Machen wir es noch einmal langsam. Rechts Bein beugen nach innen. Linkes nach außen. Hoch. Scheibenwischer. Runter. Strecken, strecken. Ja. Jetzt umgekehrt. Links innen. Rechts außen. Hoch. Scheibenwischer. Hinsetzen. Strecken, strecken. Gut. Und jetzt probieren wir das Ganze schnell und flüssig zu machen. Ja. Hopp. 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 Und dann wieder wechseln. Hopp. 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 Und hopp. Und noch einmal. Hopp. Hopp. Zack, zack. Und noch einmal. Hopp. Hopp. Scheibenwischer. Zack, zack. Christoph, kennst du dich aus? Hehehe. 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 Ja, ist was fürs Hirn. Genau, ist was fürs Hirn. Hehehe. Hehehe. Sehr schön. Super. Hehehe. Hehehe. Okay, gut. Letzter Zaubertrick. Tino, du weißt, du hast sicher schon geübt. Schneidersitz, komm nach vorne, hier hinsetzen und in die Hocke. Hehehe. Genau. Ja, der Tino kann das, sehr schön. Ja, ich zeig's noch einmal. Wir sind hier. Ja. Schneidersitz, wir kommen nach vorne. Hinten mit den Zehenspitzen abgestützt. Hopp. In der Hocke. Genau, so. Leute, wir sind in der Hocke. Ja. Und jetzt tun wir noch die Schultern ein bisschen öffnen. In der Hocke bitte. Dein rechter Arm geht von vorne nach hinten. Ja. Dein rechter Arm geht von vorne nach hinten. Ja, so übers Knie. Übers Knie. Und deine linke Hand, der linke Arm geht um den Rücken herum und du versuchst jetzt, ja, du bist hier vorne, hier bist du hinten und du versuchst hier, dass sich die Finger berühren. Dass sich die Finger berühren. Ja. Also der ist vorne, der ist hinten und dass sich die Finger berühren. gut. Ich schaff's nicht ganz, ich weiß. Gut. Wechsel. Andere Seite. Andere Seite. Hier vorne. Da hier hinten. Versuchste. Ah! Aber ihr schafft's das, oder? Achau, der Christoph schafft das. Super! Helmut schaffst das du auch. Vier, drei, zwei, eins. Okay, auslockern, aufstehen meine Lieben, Beine auslockern. Und die allerletzte Übung, wir beten, aber ganz heimlich, hinten am Rücken tun wir beten. Genau, hinten am Rücken tun wir beten. Genau, Finger zusammen, wer kann Handflächen zusammen? Und jetzt versucht nach vorne, bitte hier schön, den Brustkorb zu öffnen, Schultern und zieht die Ellbogen nach hinten. Genau, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Zieht Vollgas in den Unterarmen, ich weiß, ja. Also bei mir, ihr spürt es ja nichts. Leute, wir atmen ein, aus, Beine schließen, Namaste. Super, sehr brav, sehr cool mitgemacht. Vielen Dank.